Ich baue eine Farbe. Du baust ein Feld. Du baust ein Feld, okay. Ein Feld? Ein Feld? Ja, ein Feld. Das möchte ich gerne bauen. Nein, machst du nicht. Du machst es falsch. Lass mich doch jetzt. Ich bin doch schon dran. Gib mal, lieber Romatra, die Erde, Bro. Wir brauchen wirklich eine Menge Erde, Max. Ich habe keine Erde. Also, ich habe vier Erde. Hä? Ja, dann gib die und ich darf nicht abhören. Wieso bist du schon wieder so ein Anti-Mate? Ich bin... Ihr seid ja Anti-Maten. Ich möchte das Feld machen. Nein, machst du nicht. Ich bin schon dran. Bist du Anti-Mate? Boah, f***. Schon wieder keinen Bock auf Max. Ich brauche ganz dringend Essen. Ich verhungere auch, lol. Wir haben so wenig Platz hier. Das ist halt auch... Ja, deshalb brauchen wir halt mehr Erde. Ja, ich gehe noch ein bisschen Erde machen. Ich helfe Max mal mit den Bäumen ansneaken. Aber nicht hier hinten, hey! Wieso denn nicht hier hinten? Machst du auch deinen eigenen Mini-Steg? Wieso denn? Wir können auch alle einen Mini-Steg benutzen. Ja, und dann nimmst du mir die ganze Erde weg. Ich will was mit der Erde bauen. Fürs Team will ich's bauen. Nein, du hast doch gar keine Ahnung, was du machen wirst. Doch, doch. Ne. Größer. Und dann Feld. Ich kümmere mich schon mal fürs Essen. Ich bin doch schon ein Feld gerade am Bauen, Mann. Ich bin gleich schon fertig, Max. Ich fasse es nicht. So, ich mach jetzt mal... Oh Gott, grieb ich vor Hunger. Ich mach jetzt was. Ich mach jetzt was. Ich mach jetzt ne Melonen-Geschichte hier vorne hin. Oh Gott, ich bin... So hat wer nen Apfel für mich. Irgendwas. Ich sterb hier sonst. Du hast doch schon die anderen Äpfel von vorhin gegessen. Ich bin tot, das war's. Ich hab Bacon. Kann ich das einfach essen, mein Bacon? Ja, ja. Ich lebe. Ich brauche ganz dringend jetzt euch. Ich brauche Essen. Max, ich bin hier vorne gerade... Ich hab dir gerade zwei Melonen hingemacht. Den Wurm. Wo ist das Wasser? Guck mal, hier ist ein Wurm. Siehst du das? Guck mal hier, Romado. Du kannst jetzt nicht hier das Ding hinbauen. Vor allen Dingen doch nicht aus Holz, du Idiot. Ein Cobblestone-Generator. Ja, aber die linke Seite kann ja aus Holz sein. Die Wasser-Seite. Nur die Lava-Seite. Guck mal. Hau rein. Eine Schere kann nicht anders sein. Ich bin nur noch auf einen Essen. Da fehlt leider links und rechts... Es regnet! Ich hab's nicht richtig gebaut. Oh Gott! Oh Gott! Romatra, nein! Du bist so ein dumm... Och man, ich hasse es mit dir zu spielen, Alter! Alter, Romatra! Ey, du bist so ein Bastard, Mann! Das Ding war komplett gewachsen, Alter! Wir hatten jetzt gleich was zu essen gemacht. Das war wirklich. Romatra hat's wieder verkackt. Dankeschön dafür. Ey! Mein Gott, du baust das dahin, wo die Molone wachsen soll, du Idiot! Du nimmst uns die Nahrungsfälle. Verpiss dich mit deinem Cobblestone-Generator! Hau ab! Ich hab den Melonen zieht! Wo baust du denn hier? Mein Gott, Romatra, verpiss dich jetzt, Alter! Ja! Bau dir so einen Sch*** auf mir jetzt hier weg, du Bastard! Hier ist ein Regenwurm! Ja, lass den da! Hab ich da hingesetzt, lass den da! Kann ich hier nicht essen? Nein, kann man nicht! Der macht, dass wir schneller Essen bekommen. Wir hatten eben fast schon Essen, aber dann hat Romatra's verkackt. Bau dir doch auch eine eigene Indie-Romatra, was machst du denn? Guck mal mich an! Boah, er ist so ein Opfer, Alter, wirklich! Man kann diese Regenwürmer, diese Silkwürmer übrigens essen, sehe ich gerade. Versuch mal. Schmeckt der? Wir müssen jetzt Silkwürmer essen. Würmer müssen wir essen wegen Romatra. Brrrr, brrrr, ekelhaft! Hey, Romatra's war so unnötig von dir eben, wirklich. Das war wirklich ein bisschen dumm. Am Anfang schon mit der Lava war es ja sau unnötig. Warum denn? Ich bin echt gut in dem Spiel, also ich bin besser als in normalen Minecraft. Äh, ja, geht. Also bis jetzt habt ihr beide echt nur aufgehalten, aber es passt schon. Ich bisher nicht. Ich bin am Erdeherstellen wie ein Geisteskranker. Okay, ich hab jetzt mal den Komposter jetzt sogar schon überdacht. Ja, wir müssen den Komposter echt überdachten. So, ich hab ja noch einen Donut, den jemand essen kann. Ja, den brauch ich safe. Okay, hier. Du kriegst den nicht, äh, du kriegst den, weil Romatra scheiße ist. Hier. Stimmt, da waren noch Donuts in der Kiste, lol. So, maybe hab ich jetzt Glück und ich krieg aus dem Compressed ein... ...Bonemeal raus, Leute. Und vielleicht haben wir dann das Glück, dass... Ah ne, dafür brauch ich ein Heavy-Safe, ne? Dann brauch ich schon dieses, ähm, Flintstift... Stift Mesh, glaub ich. Gib mir Erde. Ey, wenn du sagst, wofür du Erde brauchst, kriegst du immer... Essen. Max, komm, gib her. Kann man vom Blitz getroffen werden? Ich glaub schon, ja. Kann man den normalen auch einfach durchsieben? Kann da auch... Kann da auch Bornmeal rauskommen? Ne, ich glaub nämlich nicht. Ich möchte ja Bornmeal haben, Leute. Und ich möchte ja... Bornmeal geht ja nur mit, ähm... Doch, hier. Ach, tatsächlich. Krass, das wusste ich nicht. Ja, nice. Dann mach ich das damit einfach. Dann ist ja easy. Das Heavy-Safe ist aber trotzdem besser, weil es halt schneller geht, ne? Geil, wie einfach gar nichts rauskommt. Ist geil. Wieso kommt hier nichts raus? Was für ein S***? Scam, Alter. Scam, Alter. Max, hast du Holz zufällig? Ja, ja, gib mir das. Ne, ne, ne. Das andere hast du nicht mehr? Doch, hab ich auch. Dann gib mir aber bitte. Wofür brauchst du das? Max, gib es mir doch einfach. Ich will ja wissen, was du damit machst. Fackeln. Mach daraus Kohle. So, ab jetzt spawnen wir bitte nur noch mit, ähm... Mit, äh, halben Blöcken. Weil sonst spawnen uns nämlich hier gleich Monster. Und das wär extrem eklig. Gib mir ein bisschen Stein. Und ich mach dir unendliche Fackeln. Ich find das geil, wie das alles aufeinander aufbaut. Irgendwie existiert ja alles aus dem... Max! Was denn? Ey, du bist so ein Opfer. Du bist so ein Opfer. Was ist denn? Du hast gerade den Baum wachsen lassen, als ich zu dir rüber gelaufen bin. Ich hab den Baum nicht gewachsen. Ich bin wegen dir runtergefallen. Nein. Ich hab den Baum nicht wachsen lassen. Ich war ganz hin... Ich quitte die S***, Alter. Ich quitte es. Red me fat out of the world. Kann mir bitte jemand den Knips schicken? Es ist passiert, weil du den Baum hast wachsen lassen. Weil du ihn angest. Nicht, dass du so ein Bastard. War aus wie faul, doch beim zweiten Hinsehen hat er gar nicht berührt. Ich hab ihn nicht angesneakt. Gib mir den Wassereimer. Ich hab ihn nicht angesneakt. Max ist genauso scheiße. Ich hab nichts gemacht. Ich hab ihn nicht angesneakt. Hab ich den Baum gesneakt, ja oder nein? Das Problem ist, ich komm jetzt an meine Sachen nicht mehr ran. Offiziell komm ich da nicht mehr ran, weil da unten überall Monster gespawnt sind. Und die ganzen S*** Dinger für die Fackeln haben wir gerade auch verloren. Grüße gehen raus an Trimax. Danke dafür. Ich weiß nicht, du bist an einem S*** Baum. Also ich war los, weil ich an Hühnern gestorben bin. Aber an einem Baum sterben, das hat doch keiner geschafft. An einem Baum, das ist schon mal auf jeden Fall ein Youtube Titel. Alter, der Modus ist so geil. Ich muss mich jetzt, ey Leute, jetzt bitte nicht flamen. Ich muss mich jetzt richtig oft wegen deinem Baum umbringen, Max. So, auf geht's. Alter, warum ist dieser Drecksmodus so geil? Da wird man ja aggressiv. Okay, nice. Eins. Baby wurde vom Skelett erschossen. Ist aber gut so, weil jetzt haben wir da unten die Fackeln hingesetzt. Jetzt können da keine neuen Mobs mehr spawnen. Hör ab. Geh weg. Komm. So Leute, und so spielt man dieses Game und nicht anders. Boom. Wir sollen spawnen hier unten auch keine Monster mehr. Und hier ist alles wieder safe. Dank mir. Komm ich jetzt noch rüber. Digga, der ist ja ganz geil, der Modus. Spürt ihr es? Der macht wirklich sehr viel Spaß gerade, ja. Absolut. Warum wächst diese Melonen nicht einfach einmal? Warum wächst diese Melonen hier nicht? Die kann doch hier hin wachsen. Hier. Hier kannst du doch drauf wachsen. Ich helfe dir mal hier, Max, dass wir keinen Mobs spawnen bei dir, weil hier ist nämlich nichts ausgeleuchtet bei dir. Und wenn du F7 drückst, siehst du, wenn du F7 drückst, siehst du ja überall so gelbe Xe, ne? Und da, wo die gelben Xe sind, ist nicht ausgeleuchtet. Das ist ja sau benutzerfreundlich. Dann ist egal, dann nutze ich hier. Romatra. Ey, dieser. So. Was hat Romatra gemacht? Der hat den Lava-Eimer zu einer verdammten. Digga. Der hat gerade die Lava. Wie mache ich Lava? Ich rette das. Ich rette das. Lass mich in Ruhe. Ich rette das. Wie mache ich Lava? Kann man bitte beschreiben, wie ich Lava mache? Der hat schon... Ey, das kotzt mich so an. Alter, Romatra, du hast ja einen Lauf. Krass, dass du so oft chokst. Das hab ich noch nicht mal hingekommen. Farben den Amboss und richte Romatra hin. Ich würd's so gern tun. Ey, der Baum ist einfach gewachsen. Der hat mich fast runtergehauen. Wenn wir vorbei sprinten, wachsen die auch. Die Melonen, sie brennt. Sie will nicht, sie will nicht gönnen. Wir haben noch nichts geschafft, Alter. Das ist so wack, was wir hier gerade machen. Boom. Oder nicht? Boom. Baby, sag mal was. Boom. Boom ist gut. Was hast du gebaut? Ich? Ja? Ich baue hier gerade eine größere Insel. Und ja, wundere mich halt, was mit dem Essen ist, ne? Essen wird echt knapp. Ihr könnt eure Bäume mit einer Groot abfahren. Ja, genau. Dann kriegst du immer wieder Äpfel. Dann mach ich die ganze Zeit. Das mach ich. Ey, wir haben so verkackt, Alter. Warum? Das ist ja Cobblestone-Generator. Das hat so ne nervige Geschichte, ne? Dass der nicht da ist. Ist der echt so schwer? Wir brauchen nur... Du hast doch schon mal Clay gemacht. Ja. Genau, das machen wir nochmal. Und dann machen wir, ähm, aus Clay machen wir dann nen Clay Ofen, nen Clay Crucible. Und dann tun wir da einfach nur einen Stein rein und warten bis der schmilzt. Ja, aber das ist halt sau umständlich. Wir hätten uns das sparen können. Das stimmt, aber das macht's doch cool. Ja. Bisschen. Cool. Wie viel Prozent haben wir ungefähr abgeschlossen von der Mission? 0,1. Minus 10, Alter. Minus ist gut. Du hast recht. Hey, ich hab 50 Stone Pebbles. Ja, die kannst du zusammen craften. So Cobblestone. Leg mal vier Stück nebeneinander. Dann hast du Cobblestones. Echt jetzt? Echt jetzt? Digga, ich hab zwölf Cobblestone. Ich will ja nicht flexen, ne? Was wollte ich nochmal mit Cobblestone machen? Einen Ofen. Ich bin richtig, richtig krass in dem, was ich tue. Ofen wär halt Waste, weil wir haben hier vorne schon eine, aber mach wie du meinst. Oh mein Gott, Jungs, ich hab den Jackpot gezogen. Wie denn? Was denn? Nie wieder hungern. Erstmal ist die Melone hier vorne gewachsen. Ja. Und zweitens hab ich Kartoffelsamen gerade gefunden. Und Jungs. Oh. Kartoffelsamen? Ja. Ihr wisst, was das heißt. Max, gib mir deine Cobblestones, ich mach jetzt die Kartoffelfarm. Ich brauch... Lass mich... Stell keine Fragen, okay? Guck mal Max, pass auf. Erzählst du mir, doch doch, erzählst du mir genau. Hier ist viel Cobblestones. Ich hab keine mehr Cobblestones, sagt er. Pass auf, Max, guck mal hier. Du siehst ja, ich hab diesen Hammer hier, ne? Guck mal hier. Ja. So, diesen Hammer nutze ich jetzt und mache die Cobblestones alle zu... Hör auf da mit Romata, du Assi. Verpiss dich. Gib das zurück. Ich hab einen Sand gemacht. Ich brauch das, um Lava zu machen. Du bist so eine Mist. Verpiss dich auf deine Insel. Wie spielst du denn? So, Squad Street, wir enden mit Romata. Entfernen. Auf deine Insel. Da liegt doch. Liegt doch. Da liegt doch der Sand. Sand. Guck mal hier. So, den Sand. Ich brauch auch Sand. Guck mal, den Sand zerkleinere ich dann wieder zu Dust. So. Ja. Und den Dust siebe ich jetzt hier durch. Geh mal hier weg. So, und in dem Sieb, wenn ich den Sand nämlich in diesen Dust durchsiebe, dann könnte da nämlich Bonemail drin sein und dann können wir die Kartoffeln vermehren, Alter. Und dann sind wir rich. Dann haben wir keine Essprobleme mehr. Boom. Und hab nochmal ein Bonemail bekommen. Und jetzt kann ich die Kartoffeln hier vorne wachsen lassen. Bam. Kartoffeln sind gewachsen. Neue Feldkartoffeln machen. Das boostet ja richtig, Digga. Wie boostest du uns denn? Deshalb hasse ich Romatra so, weil der so aufhält. Er wollte das schon wieder verhindern. Hast du gemerkt, Max? Ich hab's gesehen. Wollte einen Sand haben. Ja? Darfst du nicht? Ey, ich brauch einen Sand. Das wär geil. So, hat jemand Hunger? Äh, noch nicht. Ich hatte vorhin einen Döner. Ne, in Minecraft meine ich gerade. Digga, es ist so insane. Es ist einfach krass. Was? Schon nach 10 Bullshit-Einspruch. War wieder Zeitverschiebung, ne? Ja, toll. Ich spiel langsam aber sicher, würd ich sagen. Mhm, absolut. Was heißt, richte nochmal auf Englisch? Ähm. Auf Englisch oder auf Englisch? So, Romatra mir reicht's. Ich baue jetzt diesen Kabel zum Generator selber. Hast den nicht anders verdient. Hoppa. Digga, das macht ja richtig Spaß, ne? Das wird ja immer mehr Spaß. What the f***? Find ich nicht. Find ich nicht. Also, Romatra mir reicht's gleich. Ich mach das gleich wirklich selber, ne? Das dauert echt zu lange. Du weißt nicht, wie schwierig das ist. Romatra, ich hab den schon 10 Mal gemacht. Ich hab den Sch***generator. Ja, aber du brauchst Lava dafür. Das weißt du, gell? Ich kann Lava dir jetzt schnell. Gib mir das zurück. Das ist von mir. Feiert ihr das auch, wenn ihr pennt? Und es regnet draußen, ihr habt das Fenster auf Kipp? Ich bin auch kein Mensch. Also, ich find sowas nicht geil. Ach, lol. Das sind... Okay, funny. Was denn da? Ne, nicht so wichtig gerade. Jungs, ich werd jetzt Kaffee anpflanzen. Was? So. Kaffee? Genau, Max. Kaffee. Du hast es erkannt. Schönen guten Kaffee. Alter, das ist geil, Mann. Oh, Sugarcane? Habe ich schon angebaut, Bro. Habe ich schon lange angebaut, Sugarcane. Von einer halben Stunde. Ich brauch noch... 1, 2, 3... 6 Iron-O-Piece. Dann kann ich einen Hopper bauen. Dann kann ich eine automatische Erdefarm bauen. Eine automatische Erdefarm? Ja. Holy... Eine ganz simple aber nur. Haben wir so viel Progres überhaupt verdient? Ja. 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 Ja.